Düringer Klöße Die Klöße, die mag ich sehr, sie schmecken mir am besten, egal wo ich auch immer bin, wenn's Flöße gibt, muss ich sie testen, ich bin danach ganz süchtig, die Klöße sind mir wichtig, nicht dünner, nicht Spaghetti, nein, Düringer Klöße müssen sein. Mit Zwingen komm ich weit umher, das werdet ihr verstehen, so habe ich in unserem Land schon manche Stadt gesehen, natürlich hab ich überall das Angebot studiert, und alles was nach Klos aus sei, ganz kritisch ausprobiert. Düringer Klöße Düringer Klöße müssen sein Düringer Klöße müssen sein